Eine Frage, meine Damen und Herren, stellen Sie sich einmal vor, Sie nehmen teil an der Sendung Deutschland sucht den Superstar. Sie nehmen alle Hürden und sind immer ganz vorne und plötzlich beim vierten Platz reißt das ab. Was würden Sie machen? Sie würden sich in denselben beißen. Der nächste Interpret tat dies nicht, sondern er ging nach Italien, nach Bologna und machte dort sein Examen als Dolmetscher, Deutsch, Italienisch, Italienisch, Deutsch. Dann machte er weiter mit Musik. Und er sagte mal Striptease der Seele. Das ist für mich auf der Bühne stehen und Musik machen. Der Titel, den du heute präsentierst, heißt Grappolo di Vita. Hier ist Nevio. Der Titel, den du heute präsentierst, heißt Grappolo di Vita. Der Titel, den du heute präsentierst, heißt Grappolo di Vita. All right. Der Titel, den du heute präsentierst, heißt Grappolo di Vita. E perché non si può vincere e nemmeno pareggiare Nelle tue mani, oh yeah, lo stretto ricordo E di sole e di luna ti vesti per lasciarti andare Dici ancora che vuoi, che vuoi un grappolo di vita Per chiudere gli occhi e sognare E se in dolcello fra le dita se cado nell'acqua Per trovarti dentro di me E voglio un grappolo di vita Per chiudere gli occhi e sognare E voglio musica infinita Per poterti accarezzare Se resti con me E stringo il cielo fra le dita se cado nell'acqua Per trovarti dentro di me Per chiudere gli occhi e sognare Medio, hast du noch einen Augenblick Zeit? Ja, immer gerne, natürlich Wollte etwas weitergeben Etwas weitergeben, das zeige ich Ihnen zunächst mal Denn davon weiß er nicht Davon weiß er nicht Ich schau auch gar nicht Jetzt zeige ich dir Oh, Wahnsinn Das ist Gold Das ist die erste Goldene Dankeschön Ja, aber bitteschön Ich bin ganz schmerzlos Das ist deine Dreh sie so, dass man sie sieht Alles Gute Servus Vielen, vielen Dank Dankeschön Hast du erreicht So